herzlich willkommen auf gültige stimme at meinem persönlichen video tagebuch heute ist der 23 jänner 2013 und mein name ist roland thüringer es ist heute herzlich willkommen auf gültige stimme at meinem persönlichen video tagebuch heute ist der 23 jänner 2013 mein name ist roland thüringer und ich gehe heute in die vierte woche eines kleinen selbstversuchs drei wochen hinter mir mir geht es sehr gut dabei hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen dass ich offenbar kein großes suchtpotenzial habe das ist eine konditionierung von mir ja ich hab das nicht ich hab zum beispiel so wie trinkt keinen alkohol dann trinke ich einfach keinen alkohol ich habe mir das jetzt mal schon vorgenommen dass ich hierher keinen alkohol mehr trinke nicht weil ich gesoffen habe aber man denke ich brauche das eigentlich nicht und daher trinke ich auch keinen mir geht dann auch nichts an darum habe ich auch nie ins rauchen angefangen oder so weil das potenzial bei mir nicht da ist daher tue ich mir wahrscheinlich leicht beim verzichten auf manche dinge weil ich denke dass alle die dinge die jetzt schon langsam so step by step weglas große suchtpotenzial in sich verbergen das auto sowieso handy überhaupt keine frage medien e mailverkehr internet schauen sind also sachen supermärkte einkaufen konsumieren das ist alles mit der ganz ganz großen suchtpotenzial behaftet jetzt kann man sagen da macht uns irgendwie süchtig drauf ja kann schon sein aber irgendwie muss ich dann selber halt sagen nein das mache ich eben gerade aber wenn man sich jetzt im detail anschauen das auto hat jetzt kilometerstand 247,5 normalerweise hätte ich zu der zeit jetzt ungefähr geschätzte 2020 kilometer auf mein dach und das heißt ich bin auf 11 prozent meiner sonst üblichen kilometer leistung damit kann man zufrieden sein jetzt kann man könnte ich stolz behaupten ja jetzt meinen schadstoffausstoß total gesenkt also ja habe ich vielleicht wer weiß vielleicht habe ich woanders einen dreck gemacht wo ich mir gar nicht bewusst bin aber ja kann schon sein dass jetzt ein bisschen umweltfreundlicher unterwegs bin aber auf ich bin mir gegenüber freundlicher unterwegs mittlerweile weil man das zugfahren eigentlich gut tut und diese zeit die man glaubt mit dem auto zu gewinnen meistens eine zeit ist die man dann zwar gewinnt aber dann irgendwo totschlägt und dann ist eigentlich wieder weg ja also ich brauche jetzt länger nach wien kann aber die zeit im zug dann nützen und zum beispiel zu schreiben zu arbeiten dank des computers muss ich fairerweise dazu sagen ohne computer ja könnt ihr auch was schreiben oder verbrauchen papier ja also es ist kein zeitverlust mit dem zug zu fahren für mich überhaupt das ist eher ein gewinn ja schreiben ja ich habe keine e mail kein e mail adresse mehr das heißt um mit mir kontakt aufzunehmen schriftlich muss man einen brief schreiben es sind auch schon einige briefe gekommen viele schreiben dass sie zum ersten mal nach langer zeit jetzt wieder einen brief schreiben die handschriftlichen briefe entschuldigen sich immer für die furchtbare klaue die sie haben weil es schon gar nicht mehr gewohnt sind dass sie mit der hand schreiben mir geht es genauso ich denke mir jetzt oft wenn ich etwas aufschreibe es ist eine derartige furchtbare klaue mein vater hat gesagt eine schrift wie der hahn am mist ich kann es oft selber nicht lesen also ich muss mich jetzt zusammenreißen mit der konditionieren dass ich so schreibe dass andere lesen können war schon mal gut man sich selber lesen kann was ich schreibe daran arbeite ich jetzt gerade ohne handy ist es eigentlich weniger dramatisch als ich es mir vorgestellt habe ich habe mir gedacht das wird ein bisschen eine challenge für mich vielleicht ist für die anderen eine challenge für mich nicht das festnetztelefon leitet es nicht pausenlos ist erträglich ist angenehm natürlich benütze ich mein mobiltelefon noch wie besprochen um die fahrpläne der öppb und des öffentlichen verkehrs irgendwie mehr anschauen zu können das wird aber irgendwann einmal verschwinden dabei brauche ich es ganz einfach nur und die geschichte mit der bank ist nun so dass ich internet überweisungen zwar auch mit tarncodes machen könnte die mir per post geschickt werden da hätte man mir freundlicherweise von der bank als entgegenkommen dieses limit für die überweisungen aufgesetzt aber ich habe mir gedacht nein warum soll man da wegen mir extra aussahme machen das ist ja nicht der sinn das heißt ich muss das dann irgendwie mit einem be free handy oder mit einem pop oder wer immer lösen das problem das liegt ja dann nur da um diese tarncodes zu empfangen ok soll so sein dabei noch was bezahlen mit bargeld funktioniert wunderbar ist kursortig manchmal züge ich noch die bankkarte in notfällen weil ich nicht vorgesorgt habe dass ich nur geld dabei habe oder weil es bei einem automaten schneller geld mit der bank und markkarten was ich habe ist mittlerweile etwas angespart weil ich ja immer das wechselgeld da eine gibt mit dieses glas dieses glas habe ich jetzt das ist ein glas das ist ein roter rübensalat den habe ich gekauft bei unserem bauernladen von der familie halmer und das orgel an dem salat ist da steht nicht bio oben da ist kein zertifikat da ist kein verdreht oben kein gütesiegel gar nichts und trotzdem ist es ein wunderbarer roter rübensalat geworden nicht man soll es gar nicht glauben und das ist überhaupt der wahnsinn und das ist was mir fast am allermeisten am herzen liegt und wenn ich jetzt sage was bewege ich mit dem was ich mache also bewegen durch mich einmal das wichtigste bewegen mich viel mehr als früher aber am meisten glaube ich bewege ich zumindest das bühne mal sei indem ich gewisse dinge nicht nachfrage das heißt wenn ich wirklich große bögen mache um die supermärkte und dort nicht mehr einkaufen dann werden vielleicht eines tages diese produkte für mich zumindest nicht mehr produziert ja das ist mir sehr sehr wichtig eigentlich jetzt habe ich eine geschichte gehört ich habe mich getroffen mit der Karoline mit dem Erich gestern von denen ich ihnen schon kurz erzählt habe die diese MCE-Gruppe.at Webseite haben was darum geht dass sie Bürgerbeteiligungen irgendwie auf die Füße stellen wollen das heißt nichts anderes als dass wenn es in einer Wirtschaft kein Lebensmittelgeschäft mehr gibt dass sich die Bürger dort also die Dorfgemeinschaft zusammen hat und sagt wir wollen aber ein Lebensmittelgeschäft verdammt nochmal wir wollen nicht zum Supermarkt fahren müssen wir wollen unseren Bäcker wir wollen unseren Fleischhau in der Wirtschaft haben dass man dann einfach einzahlt einen gewissen Betrag so um die 500 Euro 1000 Euro wie auch immer und dann viele Leute einzahlen und gibt es die Möglichkeit dass ein Geschäft mit dem Geld aufgemacht wird und nach einigen Jahren bekommt man das Geld dann wieder zurück mit Zinsen die Zinsen in Form von Genussschein also mit Waren die von diesem Geschäft kommen das heißt der Unternehmer hat was davor und die Leute haben auch was weil sie haben endlich wieder ein Lebensmittelgeschäft und sie sind auch irgendwie jetzt nicht gezwungen aber logischerweise daran interessiert dass sie in dem Geschäft einkaufen weil es ist ja ihr Geschäft eigentlich ja ich halte das für eine sehr sehr gute Idee ja das wäre schön wenn sich solche Strukturen in mehreren Gemeinden einfach bilden würden dass man aus diesem Supermarkt Wahnsinn irgendwie rausgekommen hat ja und ich habe der Karolin dem Erich auch die Adresse gegeben von lebenswertige Gemeinde.at ich glaube dass es irgendwie relativ gut harmoniert so ähnliche Gedankengänge ja also es tut sich da auf jeden Fall was das ist sehr sehr erfreulich ja also nicht wegen mir tut sich was es tut sich überhaupt was ich habe das Gefühl dass eh 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 viele Leute schon anders denken also es gibt wahrscheinlich eh mehr Verrückte als wir glauben ja 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 dann ohne Zeitungen ohne Medien ohne Radio auszukommen ist für mich die leichteste Übung das was wichtig ist erfahre ich eh was habe ich erfohlen in die drei Wochen äh es ist mir nicht entgangen dass die Luise Martini im hohen Alter gestorben ist das habe ich auf einer Infoscreen bei der U-Bahn ich wollte noch wegschauen aber dann hat es mich erwischt habe ich das habe ich das erfahren dass eine Schnellbahn zusammengefahren ist irgendwo mit vielen Verletzten habe ich auch erfahren das ist tragisch keine Frage aber es ist passiert ja es ist passiert es kann nicht Unfälle passieren das ist einfach so ja und das Ende geben ist der Befragung zur Wehrpflicht habe ich auch erfohlen ja ist so gut ja aber sonst geht mir eigentlich nichts ab ich habe eh das Gefühl dass weniger Müll in mich hineinkommt und das tut mir eigentlich sehr sehr gut ja ja zu dem Fairtrade und dem Bio Siegel muss ja noch eine Geschichte erzählen das hat mir gestern die Carolin der Erich erzählt da gibt es einen Marmelade Produzenten also der macht der Hammer von Marmelade und verkauft ja und das ist da steht eh und jetzt werden es wahrscheinlich auch nicht lesen können da steht Fairtrade und Bio Gütesiegel hat er und das ist den Menschen offenbar sehr sehr wichtig dass die Sachen jetzt Fairtrade sind und auch Bio und Gütesiegel oben haben weil man ja praktisch was Gutes tun möchte wenn man einkauft und man Produkte nachfragt es soll regional oben stehen es soll Bio umstehen es soll vom Bauern oben stehen ja aber das Wichtigste sind eben diese Gütesiegel ja jetzt macht er sein Marmelade und macht zum Beispiel irgendeine Marmelade wo er Äpfel braucht und kriegt die Äpfel vom Nachbarn das heißt der tragt im Karton oder im Steigen halt die Äpfel zu ihrem Umwand damit er die Marmelade macht jetzt darf er aber die Äpfel nicht verwenden weil das ist kein Fairtrade also weil der kein Fairtrade Zertifikat hat der Äpfellieferant jetzt muss er irgendwo woanders Äpfel einkaufen die Fairtrade Zertifikat haben irgendwo durch die Gegend transportieren damit er sein Marmelade macht das Ähnliche ist ihm passiert bei seinen Preiselbeeren er macht auch mit Preiselbeeren Marmelade die wachsen auf einen Hang der Hang ist aber kein Bio zertifizierter Hang das heißt er er müsste woanders Preiselbeeren kaufen damit er Bio Zertifikat hat also merken sie ja wenn die Bürokraten zuschlagen ist schon wieder alles vorbei in Wirklichkeit ja also mir geht es mittlerweile so dass wenn ich irgendwo das Wort nachhaltig höre Bio äh Fairtrade äh regional haue Milch springen wir mittlerweile die Impfungen auf ja ich glaube da werden wir sehr sehr schwer verarscht ja wenn ich da den roten Rumsalat kauf ist alles klar da brauche ich kein Zertifikat das hat die Familie Halmer hat den gemacht ja und der ist gut ja so einfach ist es eigentlich ja aber das Problem ist die Menge bei allen Dingen halt ja so und was ich habe ist mein Haushaltsbuch jetzt endlich das ist ab jetzt mein Haushaltsbuch da tragen wir jetzt immer ein was ich ausgibt einfach weil es mich jetzt wirklich interessiert weil mir die Leute da immer drauf aufgeht haben jetzt was kostet das ist ja alles viel teuer das muss ich mir leisten können jetzt möchte ich wirklich wissen was es kostet ich habe jetzt 45 Euro ausgegeben für die Staubsaugerbürste das habe ich müssen gestern weil die war wirklich hin also die waren immer zum Reparieren die sind tausend Bestand zerflogen ja weil es ein Klumpet ist natürlich nicht geht bei super zu bauen dass es halt länger hält aber die ist halt hin wollen und Hundesteuer 95 Euro habe ich gestern zahlen müssen da habe ich nicht wenig Geld Hundesteuer eine Hundesteuer das muss ich auch mal im Mund zergehen lassen das Wort Hundesteuer mit rammelt den Trägen von meiner Hund selber weg ich meine ich rammel gar nicht weg sondern der scheiße eh in die Wiesen bei uns da am Land aber ja ist halt so Hundesteuer Schutzgeldzahlung ja und da schaue ich mir jetzt immer alles ein was ich ausgebe und irgendwann einmal weiß ich dann ungefähr was ich im Monat für Fixkosten habe was sonst noch so aussehrennt aber das schauen wir uns irgendwann später genauer auf ich habe ja angefangen damit sonst alles fein haben Sie einen schönen Tag auf Wiedersehen